so ihr lieben heute werde ich mit euch mal eine ganze menge sport machen und da habe ich mir ein übungen ausgedacht damit ihr vernünftige sit up machen könnt und die auch längere zeit durchhaltet ihr könnt so locker 1000 oder 2000 sit ups machen damit er genauso einen sportlichen und muskellosen körper bekommt wie ich habe und wie das geht das zeige ich euch jetzt so jetzt habe ich mal alles vorbereitet und jetzt zeige ich euch mal wie man ganz locker ohne anstrengung aber trotzdem eine gute figur zu kriegen weil eben 1000 sit ups macht und ich wünsche euch viel spaß beim nachmachen und noch beim zuschauen dann passt mal schön auf 234 96 997 998 99000 so also das war mal eben 1000 sit ups und ich merke das schon ganz schön aber was man nicht alles für die figur tut ich wünsche euch viel spaß beim nachmachen